Willkommen beim DOC-Fest. 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 Hallo, mein Name ist Maja Reichert. Ich leite DOC-Education, das Kinder- und Jugendprogramm beim DOC-Fest München. Mein Filmtipp für das kommende DOC-Fest ist der Film Los Niños. Da geht es um vier Menschen, erwachsene Menschen, die mittlerweile seit 40 Jahren gemeinsam auf die gleiche Schule gehen. Das ist eine Schule für Menschen mit Down-Syndrom. Die beiden Hauptfiguren sind Anita und Andrés. Die beiden sind ein Paar und wünschen sich nichts sehnlicher als zu heiraten. Und das ist aber ganz schön schwierig, weil die Gesellschaft in Argentinien, wo der Film spielt, das nicht zulässt, dass Menschen mit Down-Syndrom selbst entscheiden über ihr Leben. Und dieser Film handelt von ihrer Reise, in der sie versuchen zu heiraten. Die Regisseurin ist so nah dran an den Protagonisten, in den besonderen Momenten hautnah dabei, dass man eigentlich fast glauben könnte, das ist ein Spielfilm. Und es ist aber echt. Es ist unterhaltsam, es ist bedeutsam und es ist total wertvoll. Allein deshalb schon sollten diesen Film wirklich alle gesehen haben. im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020